Alle Spiele der Regionalliga West, exklusiv auf Sporttotal. Die rote Karte für Mordecai Zuz und damit wird Rot-Weiß-Aalen 75 Minuten in Unterzahl spielen. Zuz bleibt erstmal am Boden liegen, hat sich da möglicherweise noch verletzt bei dieser Abwehrtats. Aber ich glaube die rote Karte, der Platzverweis ist sicher, da lässt sich nichts mehr dran rütteln. Und Zuz wird da unter Druck gesetzt vom 14er von Aydinel, der holt sich den Ball, weil die Klärungsaktion eben nicht bei Brüseke landet. Und dann geht Aydinel 1 gegen 1 auf den Torwart und wird von hinten gestoßen, auch wenn es kein rüdes Foul ist. Aber Zuz war letzter Mann und muss jetzt eben diesen Platz verlassen nach 16 Spielminuten. Lohmann wird antreten gegen Brüseke und ich habe es am Anfang gesagt, Robin Brüseke hat bereits einige Elfmeter in seiner Karriere gehalten. Gegen bekannte Namen, gegen routinierte Drittligaspieler. Ist das zusätzlicher Druck für Hendrik Lohmann? Nein, ist es nicht. Er verwandelt im rechten Winkel, zeigt uns allen, was er kann. Zeigt uns allen, dass er Brüseke überwinden kann. Duftmarken gesetzt und jetzt kommt eben nach dieser Viertelstunde der Schockmoment. Lohmann wieder und Brüseke ist diesmal da. Viel Platz für Aydinel, immer noch viel Platz, legt den durch. Und der Versuch von Oeser mitgerückt, der Linksverteidiger und geblockt zum nächsten Eckball. Lässt sich da immer wieder zurückfallen. Starker Pass und der ist drin zum 2 zu 0. Das kam ja aus dem Nichts und Thia bekommt den auf den Fuß serviert von Hendrik Lohmann. Nächster Scorerpunkt vom Achter. Habe es ihn gerade noch gezeigt, gerade noch angesprochen. Hendrik Lohmann, hervorragende Partie, nicht nur wegen seinem Elfmetertreffer. Und dann kommt dieser Pass ansatzlos. Gute Bewegung von Zählschluss, kein Abseits. Ruskis geht durch, legt quer. Und da ist das 3 zu 0 von Emre Aydinel. Die Hand von Schiedsrichter Schäfer geht nochmal ans Ohr. Und auch die Worte von Itzer. Der geht da zu Boden, muss Aydinel laufen lassen. Und damit wird es das 3 zu 0 geben. Und die Vorentscheidung vom SC Wiedenbrück hier. Kontern sie den Gegner in der heimischen Rasen aus. Und wir schauen noch einmal drauf. Bezüglich Neuzugänge, die offensiv auch schon erste Duftmarken gesetzt haben. Wie Skoda, wie Öskara, wie Bulut. Und da kommt die nächste Flanke und das nächste Tor. Manfredas Ruskis stellt auf 4 zu 0 für den SC Wiedenbrück. Jetzt macht es Wiedenbrück mit allen so, wie die Roten es letzte Woche mit der SG Wattenscheid 0.9 gemacht haben. Zur Ablenkung für Marcel Hölscher. Mal sehen, ob das was bringt. Dieser wird es machen. Macht es flach. Und Hölscher ist da. Diese Aufgabe und Wert ab zur nächsten Ecke für die Ahlner. Die jetzt direkt den nächsten Konter hinnehmen müssen. Eza mit der gefährlichen Grätsche. Und es geht erstmal mit Vorteil weiter. Aydinel legt raus. Zahn. 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 Ruskis da. Frustrierter, dass es eben dann heute nicht geklappt hat. Und natürlich hat das Schiedsrichtergespann einen Einfluss genommen. Aber den musste es größtenteils nehmen. Die einzige Aktion, die strittig war, war eben der Angriff zum 4 zu 0. Und da ist das nächste Tor von Stanislav. Fehler. Das ist eben angesprochen. Das 3 zu 0. Das war die einzige Entscheidung von Schäfer, die man zu kritisieren hat vielleicht. Während der erste Flitzer über den Platz läuft. Gratulieren sich die Männer des SCW zum 5 zu 0. Fast ein halbes Dutzend. Jörn Schäfer, dem Unparteischen. Mit gelbem Jersey, mit gelber Pfeife. Und die geht in den Mund. Und dann war es das überpünktlich hier im Jahnstadion. Und es ist das 5 zu 0. In der vergangenen Woche hat mein Kollege Kai Esser es in Ahlen betont. 8 zu 0. 8 zu 0. Und heute wiederholen wir es. Aber es ist dann nur, in Anführungszeichen, ein 5 zu 0. Und zwar nicht für Rot-Weiß-Ahlen, sondern für den SC Wiedenbrück, die ihr den zweiten Sieg in dieser Saison einfahren könnt. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, und war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich. Alles gut. Vielen Dank.